Wir sehen uns nochmal an, warum der Crypto-Crash überhaupt stattgefunden hat und warum vor allem Long-Positionen liquidiert worden sind und es gab einen weiteren DeFi-Hack, der für Aufsehen gesorgt hat. Das Thema am Montag war wahrscheinlich wirklich der Crypto-Crash oder die Korrektur, die wir erlebt haben und ich möchte in dem Video nochmal mit euch darüber sprechen, warum es eigentlich zu dieser Situation gekommen ist, was wir daraus lernen können und vor allem, wie dann so die Aussichten in Bezug auf das letzte Quartal 2021 aussehen, denn das ist sicherlich für die meisten interessant und vor allem möchte ich auch versuchen darüber zu sprechen, was wir in der Zukunft vor allem nach 2021 so zu erwarten haben. Dass der Markt massiv eingebrochen ist, das haben wir alle mitbekommen. An allen möglichen Stellen, ob es nun der Bitcoin war oder Altcoins, es gab überall Korrekturen, so zwischen 5 und 15 Prozent in etwa. Die eine Kryptowährung hat es stärker getroffen, die andere weniger stark. Hier haben wir definitiv eine starke Korrelation zwischen den einzelnen Kryptowährungen und das hat sich dann natürlich auf den gesamten Markt ausgewirkt. Das, was durch diese Situation dann stattfindet, ist aus meiner Sicht relativ eindeutig, denn Chancen tun sich dadurch auf, die genutzt werden wollen. Natürlich sehen das nicht alle so, es gibt genug Personen und Persönlichkeiten, die sich dazu äußern, dass zum Beispiel der Bitcoin oder auch die meisten Altcoins nun anfangen werden, rapide in einen Bärenmarkt überzugehen und nicht mehr aufzuhalten sind. Ich persönlich sehe das Ganze anders und bin weiterhin bullisch, wobei das natürlich keine Anlageberatung ist. Deswegen nutze ich diese Situationen, wie zum Beispiel diese Korrektur nochmal dazu, meine Bestände weiter aufzubauen. Egal, wo ich hingucke, ich kann beim Bitcoin um die 10 Prozent wieder einsparen. Im Vergleich zu den letzten Tagen im ETA-Kontext sieht das genauso aus. Auch Cardano ist vor allem in den letzten sieben Tagen über 10 Prozent gefallen. Also überall, wo wir hinblicken, gibt es eben gute Kaufmöglichkeiten und so sehe ich diese Situation. Ich gehe gar nicht mehr emotional an diese Geschichte ran oder gucke mir da mein Portfolio an und weine dann oder bin traurig darüber, dass ich jetzt 5 oder 10 oder wie viel Prozent auch immer verloren habe. Nein, ich sehe, wie gesagt, vielmehr die nächsten Möglichkeiten, also hier günstig in den einen oder anderen Coin einzusteigen. Die Frage ist natürlich, woher eigentlich diese Korrektur kam. Und das ist relativ eindeutig, wenn man sich die Daten von Bybit anguckt. Diese Analyse-Plattform hier, die bietet uns nämlich einen guten Überblick über die aktuelle Situation. Wir sehen, alleine in den letzten 24 Stunden wurden über 1,2 Milliarden US-Dollar liquidiert und in den letzten vier Stunden zum Beispiel 260 Millionen US-Dollar. Diese Werte, die schwanken natürlich und ihr könnt zum Beispiel auf der Seite, ich verlinke euch die Seite nämlich auch unten in der Videobeschreibung, könnt ihr durch verschiedene Kryptowährungen durchklicken und auf der Plattform könnt ihr auch herausfinden, welche Plattform die führende Plattform ist, wenn es um die geschlossenen Positionen geht. Das ist immer super interessant, solche Daten parat zu haben, vor allem dann 1 und 1 zusammenzählen zu können, um dann also Schlussfolgerungen daraus abzuleiten. Wir wissen also nun, dass sehr, sehr große Mengen an Kapital verloren gegangen sind und das liegt natürlich vor allem daran, dass zum Beispiel am Markt, am normalen Trading-Markt quasi eben mit viel Kapital spekuliert wurde, dass sich geliehen wurde. Das funktioniert dann relativ einfach zum Beispiel durch Hebel und in dem Moment, wo also zum Beispiel sehr viele Long-Positionen offen sind, im Cardano-Umfeld, im Bitcoin-Kontext, wenn es um ETH geht, egal um welche Kryptowährung und dann natürlich die Marktsituation sich wandelt und auf einmal die Märkte abstürzen und vielleicht dann auch nicht genug Liquidität hinterlegt ist, also nicht genug eigenes Kapital als Sicherheit hinterlegt wurde, dann werden die Positionen irgendwann geschlossen und dann gibt es eben eine Kettenreaktion. Umso mehr Positionen innerhalb kürzester Zeit geschlossen werden, umso heftiger ist eben auch die Auswirkung auf den Markt und das Ganze haben wir nun wieder miterleben müssen und das ist eben eines der größten Probleme, mit denen wir zu kämpfen haben zum jetzigen Zeitpunkt. Es sind weniger die Wale oder irgendwelche institutionellen Investoren, die hier Kapital hin- und herschieben, vielmehr sind das eben die risikogetriebenen Investoren, die von diesen Marktsituationen profitieren wollen. Wenn es um die meisten Liquidationen geht, dann führt hier Bybit die Liste an, gefolgt von Binance, OKEx und FTX, jeweils über 100 Millionen US-Dollar, die dort also liquidiert worden sind. Wir sehen, was für Auswirkungen diese Marktsituationen haben, und auf der anderen Seite gibt es auch genug Anleger, die davon profitieren können. Das ist natürlich keine Garantie und vor allem muss man das auch richtig antizipieren können und das ist eben nur etwas, was sehr, sehr gute und erfolgreiche Trader können. Auf der anderen Seite sehe ich das Ganze aber, wie gesagt, als Chance, nochmal günstiger in den Markt einzusteigen, vor allem, wenn man langfristig an den Kryptomarkt glaubt. Und wenn du auf dem Laufenden gehalten werden möchtest, unabhängig von den Videos, dann kannst du mir gerne auf Twitter folgen. Diese Themen, die schlüssel ich eben auch so schnell ich kann, eben auf Twitter auf und versuche euch dort zu informieren. Wir springen zum zweiten Thema und hierbei geht es natürlich auch weiterhin um die Bitcoin-Korrektur und auch um Aussichten, denn ich halte diese Korrektur für nicht nachhaltig. Ich glaube, dass wir egal in welchem Zeitraum das Potenzial haben, dass der Bitcoin-Preis wieder ansteigt, vor allem in Bezug auf das vierte Quartal, denn das ist ein Quartal, das seinesgleichen suchen wird. Das ist jedenfalls meine Ansicht. Ich weiß es natürlich nicht mit Garantie und mit 100% und ich kann es auch niemandem versprechen. Dennoch bin ich ein sehr, sehr bullischer Anleger am Markt und bin davon überzeugt, dass wir im letzten Quartal einen wirklich starken Bullrun erleben werden und das gilt nicht nur für den Bitcoin, sondern eben auch für die meisten Altcoins, wenn sie eben sinnvoll sind. Was hier sinnvoll ist und was nicht, darüber müssen wir sicherlich nicht debattieren. Dann gibt es verschiedene Kryptowährungen, die jeder von uns im Visier hat und wenn wir unsere Positionen weiter erhöhen, dann kann sich das in der Zukunft als wirklicher Glücksgriff im besten Fall herausstellen, vor allem wenn wir darüber nachdenken, in welcher Marktsituation wir eigentlich sind. Heißt also, wie viele Anleger wir weltweit eigentlich wirklich im Kryptobereich haben und wenn man sich diese Zahlen mal vor Augen führt, die geschätzten Zahlen, dann merkt man relativ schnell, dass wir in gewisser Weise immer noch Early Adapter sind und frühzeitig genug im Markt waren, um davon sehr, sehr stark zu profitieren. Natürlich wäre es schöner gewesen, 2010, 2012, 2014 im Markt gewesen zu sein, aber die wenigsten haben das eben als Chance wahrgenommen, sondern eher als Risiko, als spekulatives Risiko und haben dann eher keine Investitionen getätigt. Leider muss man im Nachhinein natürlich sagen, denn jeder, der das frühzeitig getan hätte, der konnte dadurch massiv profitieren. Doch wir befinden uns in einer ganz anderen Situation. Heutzutage ist der Bitcoin um die 43, 44, 45.000 US-Dollar wert und viele weitere Kryptowährungen haben unglaubliche Readys hingelegt. Doch die Frage ist natürlich, wie sieht es in der Zukunft aus? Und ich persönlich glaube, dass wir in den nächsten fünf Jahren eine so starke Wandlung sehen werden, dass sich die Geldpolitik verändert, dass sich das Finanzwesen verändert und dass Kryptowährungen einen großen Anteil daran haben werden. Und wenn es eben dazu kommen sollte, vor allem auch, wenn es um ISO 20022-Token usw. geht, da werden wir einige sehr explosive Erlebnisse haben. Ich kann mich, wie gesagt, auch komplett täuschen, aber ich persönlich glaube, dass Kryptowährungen gekommen sind, um zu bleiben und dass wir durch den weiter wachsenden Markt und durch die weitere Liquidität, die in den Markt kommen wird, davon massiv profitieren können. Sicherlich werden nicht alle Kryptowährungen überleben. Das ist auch gar nicht die Idee, sondern die wichtigsten und die interessantesten, die die größten Anwendungsfälle oder die größten Problemlöser sind, die werden bleiben. Davon bin ich maximal überzeugt und deswegen interessieren mich diese kurzzeitigen Korrekturen nur mittelbar. Denn ich nutze sie dann eher als Chance, um wieder einzusteigen. Natürlich könnten wir auf der Trading-Ebene ebenfalls über diese ganze Geschichte sprechen, über diese ganzen Muster, die sich hieraus ergeben, über den ein oder anderen Bounce, der eben noch kommen wird, wie auch immer. Diese Themen, die sind eben auf so einem kurzzeitigen Zeithorizont, dass sie eben kaum eine Rolle spielen, außer man ist wirklich aktiv als Trader unterwegs und möchte durch diese Bewegungen im niedrigen Prozentbereich eben stark profitieren oder vielleicht auch natürlich im Größeren. Das wäre natürlich der Optimalfall. Mich interessiert aber vor allem der langfristige Faktor und ich bin, wenn man sich vor allem die Fundamentaldaten ansieht, der meisten Kryptowährungen davon massiv überzeugt, dass wir vor allem in den nächsten Monaten und Jahren so starke Wachstumsraten sehen werden, von denen wir uns heute noch überhaupt gar nicht vorstellen können, dass sie wirklich real werden. Ich bin sehr gespannt, freue mich riesig auf die Zukunft und werde euch auf dieser Reise mitnehmen. Wir springen zum letzten Thema und hierbei geht es um einen neuen DeFi-Hack, der wieder mal Millionen Dollar gekostet hat. Es geht diesmal um P-Network und hier gab es also einen Hack. 277 Bitcoin wurden gestohlen, knapp 12,7 Millionen US-Dollar. Zum jetzigen Zeitpunkt ist es so, dass sich die Entwickler ziemlich sicher sind, dass es kein White-Hat oder Grey-Hat war, sondern ein sogenannter Black-Hat-Hacker. Das ist also eine Person, die eine böswillige Absicht hat und sich durch eine Sicherheitslücke bereichern möchte. White-Hat und Grey-Hat-Hacker sind komplett andere Hacker, denn White-Hat-Hacker möchten zum einen eher Sicherheitslücken aufschlüsseln und dafür bezahlt werden und Grey-Hat-Hacker sind quasi so die mittlere Stufe dazwischen. Nun ist es so, dass sich P-Network dazu geäußert hat und sagte, hey, es ist zwar ein spekulativer Schritt, aber ich möchte, dass ihr oder beziehungsweise, dass du quasi dieses gestohlene Geld uns zurückgibst und dafür bekommst du 1,5 Millionen US-Dollar Belohnung. Das ist erstmal eine richtig starke Nummer, sowas überhaupt anzubieten. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, wenn diese Sicherheitslücken nicht geschlossen werden oder vor allem auch nicht erkannt werden, dann kann es natürlich dazu führen, dass sogar noch mehr Kapital abhanden kommt. Also gar keine so schlechte Idee und der Hacker, der kann sich jetzt nun überlegen, was er letztendlich mit dem Kapital macht. Es wird überall geflaggt, man kann es also dann sehr, sehr schwer auszahlen und dieses Risiko auch der Fahndung und so weiter, dem würde ich ja persönlich lieber entgehen wollen. Vor allem, wenn ich eine Sicherheitslücke gefunden habe und anstatt 12 Millionen US-Dollar immerhin noch 1,5 Millionen legal bekommen kann. Das Ganze ist also eine große Chance und ich bin gespannt, was hier passieren wird. Das Ganze ist nun mal eine Verkettung von unglücklichen Zuständen, denn der DeFi-Bereich wurde schon häufiger ins Visier von verschiedenen Hackern genommen und jedes Mal gab es eine größere Summe, die entwendet wurde. Ich hoffe, dass wir diese Probleme in der Zukunft nicht mehr haben werden und vor allem auch, dass wir dieses Ökosystem, das hier aufgebaut wird, schützen und weiter aufbauen können. Denn diese Hacks, die haben natürlich auch ein großes Problem, denn das Vertrauen, das wird nämlich immer weiter sinken und ich hoffe, dass wir diesen Prozess hier langsam stoppen können. Aber dort, wo es Geld gibt, gibt es eben auch Personen, die versuchen, sich zu bereichern auf einem illegalen Weg und ich bin eben guter Hoffnung, dass wir das in Zukunft weiter in den Griff bekommen. Gut, ich hoffe, dir hat dieses kurze und informative Video gefallen. Falls es so war, dann lass schnell noch einen Daumen nach oben da, abonniere gerne meinen Kanal und aktiviere die Glocke, um auch das morgige Video nicht zu verpassen. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Bis morgen. Ciao, ciao.